Möchtest du mal mit einem ordentlichen Fernsehsender sprechen? Hallo, herzlich willkommen bei ProSieben. Was guckst du am liebsten? TV-Total mittwochs, 20.15 Uhr. Ich liebe Christian Katja Burkhardt. Kennst du den Ausschnitt von Katja Burkhardt, wo sie sagt, niedlich. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich weiß es leider nicht, aber ich habe leider auch das gar nicht mitbekommen. Tut mir leid. Guckst du deinen eigenen Arbeitgeber nicht? Nicht alles. Ich muss auch ein bisschen arbeiten. Schande. Das war's jetzt. Das war's. Schade. Wenn du mal irgendwo arbeiten willst, muss es richtig Spaß machen. Du hast meine Nummer. Ich habe wieder einen angeworben.